Oh, nein. ...hier lautet's besser, was wohl im Dungeon ist. Oder auch nicht. Was merle ich eigentlich in meiner Gruppe? Geh! Get back! How many have you got? Over here you! You violent, mean thing! Stop! Agh! Ah! See you! Alter Schweder! Komm! Endlich mal selbst. Endlich mal selbst. Endlich mal selbst. Nein, warte, erstmal ein bisschen weiter erkunden. Hm, nächster. Doch, oh, schon mehr. Fuckin' und Tote. Achso, Meryl hat wohl Kontrolle. Oh, no. Fire and ice are raining. Oh, no. Oh, no. Geh! Geh! Fertig! Wie lange ist denn die Map, ok fast zu Ende, aber hier komme ich nicht durch, ok, dann halt hier durch, was ist denn das für ein komischer Bildschirm? Ja, das ist das für ein komischer Bildschirm, das ist das für ein komischer Bildschirm. Ja, das ist das für ein komischer Bildschirml. Also ist das für ein komischer Bildschirm, das ist das für ein komischer Bildschirm. Ich kann den Weg nach vorne öffnen. Einen Moment. Ah, jetzt weiß ich, warum die nicht mehr haben wollen. Das ist eine Blutmarierin. Oh Gott, ist die Nair, ey. Oh Gott, ist die Nair, ey. Alter, Später, ey. Ich mache Gott voll den Facepalm. Die Millionen können nicht dafür, was sie sind. The elders came here to sleep. Uthana, the endless dream they called it. But they don't sleep peacefully anymore. Gott, ist die Nair, ey. Die wird sterben. Das ist doof, das Mädchen. Richtig, richtig doof. Nein, ich bin nicht mehr von mir. ... ... ... ... ... ... Was ist das? Geh zu resten! Ah! Geh runter! Oh, das ist eine Bedrohung. Ah! Halt ihn! Was ist das? Geh zu rest! Ah! Da! Was ist das? Ich sterbe endlich. Oh, Gott. Oh mein Gott ey! Oh mein Gott! So ein Mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was das für eine Slam-Hitkirche? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum hält er sich ständig? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Ich denke, dass es safe ist. Verleihst den Ambulat auf dem Altar und ich beginne das technische. Erstmal schneiden und den aufsteigen lassen.